Bhagavad Gita, Vers 43 O Janardana, Erheilter aller Menschen, ich habe von der Nachfolger der geistigen Meister gehört, dass diejenigen, die die Familienbräuche zerstören, für immer in der Hölle leiden müssen. Erklärung Arjunas Argumente beruhen nicht auf seiner eigenen persönlichen Erfahrung, sondern auf dem, was er von Autoritäten gehört hat. Das ist der Weg, wirkliches Wissen zu empfangen. Man kann kein echtes Wissen erlangen, ohne von einem kundigen Menschen geführt zu werden, der bereits in diesem Wissen verankert ist. In der Einrichtung des Varnashram gibt es ein System, nach dem man sich für seine sündigen Aktivitäten vor dem Tode einem Reinigungsvorgang unterziehen muss. Wer ständig sündigt, muss diesen Reinigungsvorgang, der Brajaj-Chitta genannt wird, nutzen. Wenn man diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, wird man mit Sicherheit zu höllischen Planeten gebracht, um als Ergebnis seiner sündigen Handlungen ein erbärmliches Dasein zu erleiden. Gelegenheit Gelegenheit ablabla Vielen Dank.